Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich will euch gar nicht länger weiter auf die Folter sparen und zwar machen heute diese zwei geilen Techniken und eine dritte hinterher und das war's auch schon. Viel Spaß mit dem Video, wenn es euch gefällt lasst ein Like da, kommentiert wenn ihr Fragen habt und ansonsten let's go, viel Spaß und haut rein! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!